Follow-Me ist ein Remote-Follow-Spot-System, das sich leicht in jede bestehende Lichtinfrastruktur integrieren lässt. Wo herkömmliche Follow-Spots mit Herausforderungen auf der Kosten- oder Rigging-Seite verbunden sind, bietet Follow-Me eine unkomplizierte Alternative, die unabhängig, flexibel und erschwinglich ist. Mit einem einzigen Follow-Me-System und nur einer Kamera lassen sich bereits mehrere Darsteller mit jeweils mehreren Scheinwerfern verfolgen. Wir beginnen mit der Einrichtung des Systems, indem wir nur eine einzige Kamera in der Traverse platzieren, die uns einen guten Überblick über den Bühnenbereich gibt. Sind Kamera und Scheinwerfer kalibriert, beginnen wir mit dem Verfolgen der Darsteller, indem wir das Fadenkreuz mit unseren Follow-Me-Maus-Konsolen auf Sie gerichtet halten. Höhenunterschiede auf der Bühne sind für Follow-Me kein Problem, da man den Auftrittsbereich in unserem 3D-Mesh-Tool definieren kann. Egal, ob ein einzelner Scheinwerfer oder das gesamte Rig genutzt wird, es wird immer nur ein Operator pro Darsteller benötigt. Um mehreren Darstellern zu folgen, fügen Sie einfach weitere Follow-Me-Maus-Konsolen hinzu. Neben der manuellen Steuerung gibt es die Möglichkeit, Performer mit Follow-Me-Traxes automatisch zu verfolgen. Hierzu werden die Künstler mit kleinen Tags ausgestattet, die ihre Positionsdaten an das Follow-Me-System übermitteln. Darsteller können automatisch verfolgt werden, während Sie gleichzeitig die Möglichkeit haben, die manuelle Kontrolle zu übernehmen, sofern Sie dies wünschen. Mit Follow-Me können Sie jeden Scheinwerfer als Follow-Spot verwenden. Sie können unbegrenzt viele Scheinwerfer nutzen und mehrere Darsteller mit nur einem System verfolgen. Sie können mit jedem Bühnenlayout arbeiten, auch mit Höhenunterschieden. Sie können jede Lichtkonsole und jedes Automatisierungssystem integrieren. Follow-Me hat zahllose Künstler wie Muse, Rammstein, The Voice und viele mehr begleitet. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website follow-me.nu